Luna Schweiger war in einen Autounfall verwickelt Die Tochter von Schauspieler Till Schweiger ist noch einmal mit dem Schock davon gekommen. Wie unter anderem die BILD schreibt, war am Samstagmorgen ein Mercedes in einen Unfall in Berlin verwickelt. In diesem Auto saß auch die 24-Jährige, die den Wagen allerdings nicht steuerte. Vater Till bestätigte der Zeitung. Dass Luna die Kollision ohne größere Blessuren überstand, dabei scheinen die Insassen des Unfallautos ziemliches Glück gehabt zu haben, denn der Benz erlitt einen Totalschaden. Schweiger verriet im Interview über den Zustand seiner Tochter. Sie sagt, es fühlt sich genauso an wie damals, als sie vom Pferd gefallen ist und sich das Schlüsselbein gebrochen hatte. Er bestätigt auch, es ist keiner ernsthaft verletzt. Erst vor einer Weile schockte ein Autounfall die Familie Schweiger. Damals verunglückte der Ex-Partner von Luna, Marvin Balletshofer, tödlich. Till schrieb dazu in den sozialen Netzwerken. Marvin, ich habe dich geliebt. Und zwar so, als wärst du mein eigener Sohn. Mir fehlen die Worte zu beschreiben, wie sehr ich dich geliebt habe. Vielen Dank. Vielen Dank.